Hey, grüßt euch, yeah, art, art, belgisches Viertel, gewünscht von, ja, so viel Zeit müsste eigentlich sein, äh, äh, sollen wir das kurz bei mir gucken, ich glaube, das hat irgendjemand gewünscht, jetzt gehen wir hier auf Kommentare, sind nicht unbeantwortet, machen wir einen Filter rein, Suche, art, ah, okay, keine Ahnung, ah, doch da, Tim Z23, aber art kommt vielleicht woanders noch überall vor, ja, also das ist natürlich jetzt, ähm, Blödsinnig, jetzt nach Art zu suchen, ne, hätte ich eher belgisches oder so suchen müssen, gut, also, äh, das habe ich schon wieder den Namen vergessen, ja, Z nochmal was, okay, dann, äh, produziert bei Frio und Eddie, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, auch im Text her, auch bei Rap.de, da ist es, ja, Art veröffentlicht, eine Single-Belgisches Viertel, die ein Gefühl von einem Neubegehen kommunizieren, nach einer irgendwie anstrengend verflossenen Beziehung, die sehr viel Kraft gekostet hat, oder sowas, ja, so, ja, schön, ähm, gut, ja, heute, ähm, mein, allerdings, ich filme das jetzt auch gleichzeitig nochmal ab hier, so, ne, ich bin jetzt gerade im Twitch-Stream irgendwie, ja, also hier, hallo, könnt ihr euch gegenseitig mal sehen, ja, das ist meine WebGo Pro 9, die habe ich jetzt ganz frisch gekauft, jetzt muss ich noch kurz einstellen, ähm, ähm, ich stehe jetzt so hoch, naja, jetzt so ist es gut, ja. Ja, jetzt so, lassen wir es, ich muss noch mal Kaffee trinken. Ja, das ist gerade alles durcheinander, weil ich jetzt zweimal irgendwie filmen, abfilmen und so, so ist es halt, ne. Okay, also, dann lassen wir den mal laufen, am besten von Anfang an. Mein Bruder tickt odd, jetzt was ist odd wieder. Gott, kann man nicht bei irgendwelchen einer Bezeichnung bleiben? Belgisches Viertel ist das, wo er jetzt ist, irgendwie, gibt's das, wo gibt's das? Also, das, die Tapete ist schon mal geil, so, das, das, ähm, das Zimmer irgendwie, was man so sieht, das, finde ich. Ja, so Musik, schön, langsam und, ja, irgendwie angenehm. Ähm, Bilder finde ich interessant, sehr interessant, schöne Bilder, also gar nicht so jetzt so großes, ähm, ja, irgendwie ein Film gedreht oder so, ein Actionfilm, sondern einfach schöne Bilder irgendwie, das reicht doch oft. Augen sind rot und, okay, hängen nur mit Bros rum, Augen sind rot, ja. Messe zum Frühstück, was ist das? Ah, Mezzomix oder sowas? Und, äh, Blüte meint er wahrscheinlich Tüte sozusagen, oder? Blitz für Trübe, was für Gefühle, drück dir auf die Tränen, Trüse, sie schreibt bei Insta 300 Kilometer entfernt, und am Ende war's nichts wert, ich dachte ich greife zu den Sternen, doch ich hab nichts gelernt, und jetzt bin ich wieder leer. Okay, also, ja, Text hier beschreibt halt so seine Gefühle irgendwie, und wie's mir jetzt geht, und, ja, okay, irgendwie, also es spricht bestimmt auch Leute an, die jetzt gerade so in einer ähnlichen Situation sind. Okay, das ist Schottie. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist das? Ich will das jetzt einfach wissen, wo ist das belgische Viertel? Ist das in Berlin? Köln? Belgisches Viertel Köln? Ja. Ah, in Köln. Gibt's auf jeden Fall ein belgisches Viertel, wo war ich jetzt hier, äh, 1000, hier, ja. Also gut, ja, nett, okay, gut gemacht, irgendwie, schöner Film und so weiter, also, kann man sich gut anhören, bin sicher, wenn man es ein paar Mal hört, das ist auch eingängig, ja, ähm, ja, kann ich empfehlen, und, das jetzt, suche ich noch ein Foto, so zum Abschluss, ja, das ist gut, okay, dann, ähm, Dankeschön fürs Zuschauen, hey, und wenn ihr Lust habt, äh, auf Twitch, wie gesagt, ich bin da jetzt immer morgens, ich mach das jetzt erstmal morgens, ne, so nach dem ersten, also, wenn ich meinen ersten Kaffee hab, dann schalte ich ein, das ist so zwischen 5 und 7 oder so, ja, und dann mach ich's, äh, ich denk bis halb 12 und da werde ich eine ganze Menge Sachen machen und guckt halt mal vorbei. Okay, also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, tschüss.